Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Sabrina, ich bin Stofffindeberaterin und Mama von zwei Töchtern. Heute soll es um diese wunderschöne Wollüberhose gehen. Die ist von Daipadino und sie hat eine Besonderheit. Und zwar ist sie innen aus Wollkrepp. Ihr kennt bestimmt Wollüberhosen, die Wollstrick oder auch Wollvlies drin haben. Solche habe ich auch und die sind auch gut in Benutzung. Aber Daipadino hat einen Innenstoff, den ich so noch nirgendwo anders gesehen habe. Ich weiß nicht, ob andere Shops den auch haben. Bisher ist es, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal von Daipadino. Und zwar ist das Wollkrepp. So sieht der Wollkrepp von innen aus. Ihr seht, das ist eine völlig andere Struktur als Fleece oder Strick. Erstmal zur Verarbeitung der Windel an sich. Wir haben uns für dieses zauberschöne Eisbärenmuster entschieden. Ich bin so verliebt. Das ist auch ein Wollstoff außen. Im ersten Moment erschienen sie mir ehrlich gesagt sehr, sehr wuchtig. Ich empfand zum Beispiel das Rückengummi hier als sehr breit und sehr, ja, voluminös. Aber wir schauen mal, wie sie sich am Kind macht. Ich werde sie jetzt erstmal fetten und euch dabei mitnehmen. Denn bei Wollkrepp muss man ein bisschen was beachten. Wollkrepp darf nämlich verdichtet werden. Aber was genau es damit auf sich hat und wie das Ganze gefettet wird, das zeige ich euch jetzt. Als erstes habe ich mir meine Lanolin-Seife geschnappt, habe beides etwas angefeuchtet und habe dann angefangen, mit der Seife die Windel zu behandeln. Also alles schön einzuseifen. Und das Ganze in kreisenden Bewegungen in die Windel eingearbeitet, sodass der Wollkrepp schön verdichtet. Das hat relativ gut geklappt. Ich habe tatsächlich mit einer viel zu trockenen Windel angefangen. Und nachdem die Windel dann richtig schön nass war und die Seife auch nass, ist das richtig schön geflutscht. Und ich konnte das Lanolin schön einarbeiten. Dabei habe ich mich besonders auf den Hauptnässebereich konzentriert, damit wir da halt einen guten Nässe-Schutz haben später. Und ja, da wo die Einlage dann am meisten abbekommt, es halt nicht durchdringend. Daraufhin habe ich meine Windel dann ganz normal gefettet, so wie ich meine Wollwindeln immer fette. Ich habe dafür, wenn ich einzelne Windeln fette, so ein Glas. Wenn ich mehrere habe, benutze ich eine Schüssel. Und dann kommt ein halber Teelöffel Lanolin in eine Tasse und wird mit heißem Wasser aufgegossen. Hier muss man immer gucken. Ich habe für mich herausgefunden, dass diese Menge Lanolin bei meinem Lanolin ein halber Teelöffel ist. Es kommt immer ganz darauf an, welche Marke man da hat, wo das herkommt und ob es dann reicht oder zu viel ist. Da müsst ihr einfach ein bisschen umher probieren. Für mich ist das super. Das löse ich dann in heißem Wasser einmal auf. Und dann kommt bei mir ein Löffel Seifenflocken dazu, um die Emulsion herzustellen. Ihr könnt aber genauso gut mildes Baby-Shampoo oder mildes Spülmittel nehmen. Das funktioniert auch, wenn man da ein, zwei Tropfen hinzugibt. Im Endeffekt sollte dann eine milchige Flüssigkeit entstehen, eine Emulsion. Und das sollte halt wirklich aussehen wie Milch. Es sollte schön weiß sein. Und wenn es das ist, dann ist es perfekt und kann über die Windel gegeben werden. Die habe ich hier so drin, dass der Hauptnässebereich oben liegt. Das heißt, der kriegt jetzt hier das meiste ab. Und ja, ihr seht schon, das Glas ist nicht ganz voll. Das gieße ich jetzt einfach noch mit warmem Wasser auf. Und dann darf die Windel hier drin zwölf Stunden baden. So sieht das Ganze jetzt nach dem Verdichten aus und nach dem ersten Fetten. Ihr seht schon, das ist nicht mehr ganz so flauschig, würde ich sagen, wie vorher. Es fühlt sich aber immer noch super, super weich an. Es ist richtig schön, nur halt nicht mehr so fluffig-flauschig, sondern eher schön kuschelig, aber ein bisschen fester. Es ist ganz schwer zu beschreiben, aber total faszinierend. So, wir haben die Voicenap jetzt so 5-6 Wochen getestet. Und ja, beim ersten Fetten hatte ich euch ja mitgenommen. Und tatsächlich, nach dem ersten Fetten war sie schon so gut wie dicht. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ich dachte wirklich, ich muss sie jetzt 2-3 Mal fetten, dass sie dicht wird. Gerade auch wegen dem Verdichten. Aber das hat wunderbar geklappt. Das vorher-nachher habe ich euch ja gezeigt. Ich kann es hier gerne nochmal einblenden. Und ja, wir haben sie trotzdem in den ersten Tagen vorsichtshalber mit einem Wollliner als Extraschicht drin benutzt. Ich habe sie jetzt zweimal gewaschen. Einmal mit Handwäsche und einmal im Wollwaschkrank in der Maschine. Und ja, beides hat sie anstandslos mitgemacht. Und sieht immer noch genauso hübsch aus wie vorher. Nach dem Waschen bin ich jetzt immer noch einmal mit der Lanolin-Seife drüber gegangen. Nicht so lange wie beim ersten Mal. Einfach nur einmal ganz kurz. Und dann habe ich sie gefettet, so wie es jetzt auch im Video zu sehen war. Und wie ich meine anderen Windeln auch fette. Und seitdem ist sie einsatzbereit und hält dicht. Und ja, ist wunderschön. Ich bin total begeistert. Wir benutzen sie wirklich super, super oft. Hätte ich nicht noch andere Videos geplant, wo ich noch andere Windeln für teste, dann würden wir sie, glaube ich, durchgehend die ganze Zeit benutzen. Vielleicht noch kurz zu den Bündchen. Ich hatte ja gesagt, dass ich die als sehr wuchtig und voluminös empfinde. Es hat sich gezeigt, dass das sehr, sehr gut ist. Also die liegen wunderbar an am Bein und machen auch keine Druckstellen. Ich finde das einfach klasse. Befüllt haben wir sie in der Zeit mit allem, was ich so da hatte. Ich hatte Prefolds drin. Ich hatte Bündcheneinlagen drin. Ich hatte Mullwindeln drin, die ich einfach nur zum Steg gefaltet habe. Ich habe Mullwindeln ums Kind gefaltet. Wir hatten sie über Höschenwindeln. Wir haben wirklich die ganze Bandbreite ausprobiert. Und alles war ohne Probleme machbar. Ich persönlich bin ja ein großer Fan vom Wickeln ums Kind. Also Mullwindeln falten oder Höschenwindeln oder auch Konturwindeln finde ich ganz toll. Und das geht damit natürlich super. Deswegen ist sie auch echt einer der Favoriten für nachts geworden. Mit einer Höschenwindel drunter hält die die ganze Nacht. Und ja, ich bin begeistert. Von mir gibt es definitiv einen Daumen nach oben. Dadurch, dass er verdichtet werden muss, verzeiht der Wollkreib echt viel. Er lässt sich gut säubern. Und ich glaube, daher ist das eine gute Alternative für Eltern, die gerade anfangen, mit Wolle zu wickeln und sich unsicher sind. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Newborn-Windel für mein Mietpaket. Übrigens ist diese Windel komplett selbst gekauft. Ich arbeite nicht mit Alpadino zusammen. Zumindest nicht, was finanzielle Sachen angeht. Aber ich stehe mit der lieben Isa in Kontakt und konnte ihr ganz, ganz viele Fragen stellen, wenn ich welche hatte. Und sie hat die ganz toll beantwortet. Und das macht sie natürlich auch für euch. Also wenn ihr es mal ausprobieren wollt, dann nehmt gerne Kontakt mit Isa auf. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, beantwortet sie die euch auf jeden Fall. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Austausch super, super unkompliziert war. Super, super freundlich. Und sie einfach mit ganz viel Herzblut dahinter steckt. Und das ist einfach so wundervoll. So, und wenn ihr jetzt auch Bock habt, Alpadino mal zu testen, dann ist jetzt in der Stoffwindelwoche auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, an einen ranzukommen. Denn vom 25. bis zum 29.4. gibt es 10% auf alle alten Modelle. Alt bedeutet in dem Fall einfach, dass die Snaps, die die Leibhöhe einstellen, da noch ein bisschen niedriger gesetzt sind, als sie jetzt bei den neuen Modellen sind. Und das macht aber überhaupt keinen Abbruch. Also die sind trotzdem super toll, die Windeln, so wie die, die ich halt jetzt auch hatte. Und vom 30. April bis zum 1. Mai bekommt ihr dann 10% auf alles im Shop. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Das werde ich bestimmt auch machen. Und pssst, nach der Stoffwindelwoche im Mai startet dann noch ein magischer Monat bei Alpadino. Was genau das bedeutet, wollte Isa mir zum Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, noch nicht erzählen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es richtig gut wird. Denn ganz ehrlich, alleine magischer Monat, wie geil klingt das. Guckt auf jeden Fall vorbei. Du hast Bock auf mehr Stoffwindel-Videos? Dann abonniere auf jeden Fall den Kanal, denn hier gibt es ganz, ganz viel davon. Und in der nächsten Zeit besonders, denn es ist Stoffwindelwoche. Vom 24. April bis zum 1. Mai ein gesondertes Video dazu kommt aber noch. Keine Sorge, da sage ich euch, wo ihr überall sparen könnt und was die Stoffwindelwoche überhaupt ist. So, und wenn dir das jetzt noch nicht reicht, hier oben stelle ich dir die Hinsling-Windeln vor. Die sind auf jeden Fall auch einen Blick wert. Und hier neben mir findest du die Newborn-Windeln, die wir benutzt haben in den ersten vier Monaten. Und ich zeige dir genau, was wir toll fanden und was nicht so. Ich freue mich, dass du dabei warst und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao!